Ich begrüße Sie im Heimatmuseum Bodenheim. Wir laden Sie recht herzlich ein zur Bilderausstellung von Eduard von Heuss und von Rolf C. Balsam. Die Eröffnung wird sein am 4. November 2022 um 18.30 Uhr im Heimatmuseum. Und am Samstag, dem 5. und am Sonntag, dem 6. November, haben wir von 14 bis 18 Uhr geöffnet und jeweils die Sonntage danach von 14 bis 18 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017